Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge? Fünften Folge? Ich glaub die vierte ist es. Äh von, oh Fnatic Sachs, ooooh der teilt aus, ooooh! Von, äh, Way2Level30, logischerweise wieder Botlane mit Muckerboy Bier bzw. Jonas und auf der Toplane FB, Flo oder Bader. Wenn du auf Deutsch sagen möchtest, Jonas und Florian? Ich hab einfach gerade bei den ersten zwei Mal, wenn ich den in den Arsch piekst, äh, hättest du vor Angst verstanden. Wieso gar nicht die Free2Play Champs so nicht benutzen? Das fuckt mich voll ab, Alter. Du Hurensohn, ganz ehrlich, Powder. Ich brauche einen Rest. Du bist doch der Erwin-Carrie-Main-Herr, dann musst du das haben keinen Weg. Oh, fuck. Alter, mein Damage. Jäger, was kriegst du für Damage? Hast du schon Ruhe oder was? Nö. Der hat schon Ruhe in dem Level. Weiter auf Level 2, Skilly Spare und dann geht's ab. Bye-bye. Hab ich? Ah, je, 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 20. Jetzt. Hat das Immobilien, das ich überlebt habe? Wir haben alles nicht gewählt, ne? Äh, lol, slow oder mich da abgesehen. Ich hab kurz überlegt, soll ich ihn nicht so nähe, ich überlebe, aber das ist so knapp. Hui. Ich hab beides Spells, ne? Ich nicht, ich hab Ghost geused, damit ich ihn mal flauen kann. Base, dann, dann, dann. Hab ich, hab ich. Äh, 3-0 Botlane, würd ich mal sagen, ne? Ey, der hat geflasht, ne? Ich weiß. 3-0 Botlane, Alter. Die wird sehr fit. Aber ab wann kann ich die Free-2-Play-Champs benutzen, wenn ich fragen darf? Ey, guck mal, ich hab ein Wortskind. Du krasser Dude, Alter. 4-0 Botlane. 4-0 Botlane. Wo ist das so heftig? Läuft gerade, würd ich sagen. Ey, Mann. Pff, alter, alter, lass hinten, Alter. Ja, ja, ich geh jetzt mal weg. Ich hab noch He, F, äh, He, wenn der will. Oh, wunderbar. Ja, frümmt, die kommt wieder. Alter, warum hab ich Full Mana, holy shit? Hab du eigentlich kaum ein Skill benutzt hast. Ja, ich brauch auch kein Skill für Ash. Glaub, man hat nach meinem... ...nexten Backgeisting. Geh ich jungle ein bisschen. We can do this. Alter, der arme Flow. Hörlern. Da verschwindet ein Bärchen im Band. Wurde auch nichts. FG. Hat der F-Port. Hat der F-Port. Hat der F-Port. Und Doran. ...und Ränke. Digga, du stehst noch 4-0 und warst nur 17 Farmer. Und du stehst 4-0. Boah. Komm, du kriegst einen Boost. Schööön. Prozent Prozent NL Prozent Prozent wobei Kolder immer so wenig gehen und wenn er so eigentlich weitergehen er merkt es noch gar kein Spiel verloren oder jedoch ein oder Loll am Ende der Schleuner und der Fick der Fertigungsdauer und ja gestern war ja irgendwie ein Malen okay der Fick nicht nicht so weit ich weiß haben wir hier wir hatten mit der Welt hier wurden Wort aufgestellt jetzt schon mal wenn man jetzt natürlich hat er Ich hab ja extra Rune gemacht mit Magic Penetration, Cooldown und noch irgendwas. Glau... Manaric? Glaub's noch nicht. Ne, Manaric hatte ich noch nicht, glaub ich. Gibt's glaub ich gar nicht bei Tier 2. Manaric Rune sind doch mit aller Scheiß. Glaub ich, es war Magic Penetration und Armor war's glaub ich, wo ich mir noch gegeben hab. Jetzt kann man so. Halt als Supporter. Ich hab meine 2 Seiten auf Support und ADC ausgelegt, weil wir ja gesagt haben, wir machen Botlane. Ohhhh... Scheiße, dass du halt gerade so gut wie gar kein Damage geschluckt hast. Scheiße, dass du halt gerade so gut wie gar kein Damage geschluckt hast. Oh, Leute, haben die ne Reaktion. So, die werden nicht gestorben. Der hat aber, der hat ja vernachgewählt als meine WE. Ja, mein Gott. Ich bin Lohmann. Okay, doch nicht mehr. Okay, der Filian flamelt mal Hartgeger. Ja, ich bin Lohmann. Mann, ich will endlich die Free2Play Champions haben, ich will so ne ausprobieren. Wobei ich grad mit Lux schon ganz schön abgeh, mittlerweile, ich hab mich voll wieder auf die eingespielt. Ich finde auch Lux ist mit einer der easysten Support, die du da haben kannst. Und ich hab dann auch noch eine der ersten Die für die die wir leben haben, aber auch. Ich mag die Leute, die mein'n mir das nicht. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt jetzt. Böhm, ich will das nicht. Loll Die hätte die Treppen müssen Ja, 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 ich bin nütz Da teurer der ist nicht Du hast teurer Puhl in der Das ist lustig Boah, bereit, ja Ach, scheiße Denk für dich Gibt man Punkt, gibt man Punkt, wo die sein könnte Da Warte Hi, Bro Du hast nicht zufällig den Arrow Habe schon so nah gebraucht Oh, man Oh, Mann Was auch lustig ist, irgendwie stehe ich nie Lowlife auf der Botlandes Bisschen, mal du Komisch Hat der Fladen mit sich selbst bekommen Nö Herr, warum steht der 2.0? Oh, Mann, heute direkt befreitert Ja, weil er mich mal erstmal bekommen hat Hi, wie doch 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 Ah, ja, stimmt ja Achso, wir haben ja schon mit Ha, ha, ha Ha, ha Schalt, fleißig mehr, wenn man schon gar nix als O.D.K Ach, das ist ja unseffert der Tag Genau Das hat sich ja mega schmuckert Ja, ja Ja, ja Ja, achtet halt auch mal da drauf Boah, lang fern kann ich nicht und nein Boah, lang fern kann ich nicht und nein Na Pff Dann mit der Fick nicht aus dem Leben, oder? Ja Nur weil ich das Spiel nicht so bekannt bin Fiel den einfach nicht rein Na, die haben gewordert Was für ne Angst die haben, wie ich die Ja, komisch Ja, gar nicht komisch, ist der Typ Hilfe, ich bin tot Irgendwas Ich glaub nicht Boah, alter Wade, gibt nen Schrottschern bei ohne mich Töte sie doch Ultime Naja Ja, die hab ich nicht mehr Sonst werden die nicht so lowlife Wann hast du denn die? Hm Schwarz, vertakt mit deinem Spielschutz Ja Da kommt ne Kater um die Ecke Oh, du Wurt Oh Ach, Mann Ich hab den Kom-Minions, Kom-Minions, Kom-Minions Kom-Minions Ja Oh, leil, das bin ich umbess Und Stipet, Mann Überlebt da noch Alter, lebt noch jemand Ja, ja, einer Da vorne Können wir theoretisch Tower-Dython Theorie des Lippen, hier Verlangen Okay Cool Können doch lebt Ah, meine Ulti Ich kann schon wieder weg Und ich snack mir grad nen Malteser Gamer Wo ist so neu, ja Das war mir der Grund Damage, Mann Du weißt wie es steht 0-3-1 Aber du dir pervers Ja, das ist Jing oh nein äh lol geil heilen egal kill is kill du schütze ich und sie meint so was dann passieren mehr als besser spielen kannst du nicht ich weiß nicht dass es dein Bot oder so ist Digga der Fall-Effekt hat wirklich wie bei den Bot-Games an ich weiß nicht, wenn ich alleine spiele, dann solltest du irgendwie vorher nie ein Game gewinnen ich bin jetzt nur weil die Gegner immer so kassegut sind aber wenn die das nächste Mal gestunnt ist, dann ist dann also ich Ultra dann dumpst du sie und machst deine ganze Combo drauf, ok? und wir machen warum ich jetzt schon full-damage ich weiß nicht aber ich bin noch mal ich weiß nicht dass du da was ich weiß nicht ich weiß nicht Komm in Busch! Komm in Busch, komm in Busch! Boah, der Busch! Boah, Hauptsache Lass, die dann so weiter. So, wie kommt es? So, aber denk jetzt sofort an die Kombo. Ich dann, du es dann. Vollhemd, so. Wir wissen das nicht, wissen wir nicht. Du bleibst in Busch, du bleibst in Busch und machst mich. So, bis dann. Boah, hast du 30 Minuten zu lang gebraucht. Ja, jetzt kommen wir mal. Ja, ganz ehrlich, wenn man zu blöd, das will. Du bist 7 im 1, Digga, jetzt. Mach mal halblang. Nee, aber das ist dann jetzt normal, wie kacke man sein kann. Wenn, wenn man mit Ash-Ultie ein Stand sieht, das hat man zu blöd ist, in Luft dann rauszuhauen. Weiß, dass die Ash-Ultie übel gemacht worden ist und nur noch ca. so ungefähr 4% der Zeit hat, glaube ich. Ist trotzdem viel zu lang. Ja, das ist eine Sekunde. Ich habe allein schon Abklingzeit, bis meine Kuh rausgeht, eine halbe Sekunde. Ja. Ja. Oh, geil, die ist geworden. Dann wäre theoretisch hier auch geworden. Oh, leck mich da am Arsch. Der guckt echt im Gebüsch. So was von Rapper, oder? War das dann auch zu spät? Ne, der hat Marappa Ach so, ich kriege da so mein Herz Guck mal, die liebt uns Schwule, Jung Oh, Mann Dann? Ich wusste doch, dass die scheiß Rocket kommt, Mann Rocket Jinx ist draußen Rocket Jinx Na, ist er so LOL, dieser Leipzig hat sich durchgeflogen Oh, oh, oh Wenn der jetzt für mich ulti ist, Digga, der ist so greedy LOL Ja, ich hätte ihn eigentlich gestunnt, wäre er nicht geflasht Update In Ende Oh, wow oder auch machen die Top-Lane ist kein schönes Matcher Nö, eigentlich super unfair Loll, mein Turm steht einfach nur mit einem HP Loll Ich muss da einfach hingehen, das las ich mir und den Hick geben Ich muss da auch einfach hier einen Lodgen eingeben Mach doch Hilfe, ich nehme mal für ihn Ich verpiss mich Ey, da bin ich jetzt hier Oh, nein Oh, nein Hede Loll, loll Wie hinter uns? Oh, f*** Oh, hat ein Glück kapiert er sich hier Okay, das war grad geil Auf der Bot-Lane? Hm? War ich grad nicht eigentlich ein Quadraus auf der Bot-Lane? Eigentlich schon Läh Und die Küchenwetter? Was? Oh, da war grad die Blinks heute Ich bin halt so ein bisschen low-loof Boah Er hat sich tief erkehrt Er hat sich tief erkehrt Und dann gehen wir so auf und trotzdem wieder töten Aber lass dich mal von hier hinten anlaufen Weil die Trauen sich jetzt nicht mehr so weit vor Das merkst du Oh, ja Oh, ok Die Jinx zum Ende So, wartet, pass auf Alles klar Wie schnell hat er dich wieder aus dem Leben gefickt? Das ist ein Varek Zona und Jinx Die sind die drei größten Noob-Center-Center-Center-Center-Center-Center-Center Ich mach diese Kategorien Ewekswert Nein, du dumme Faggott. Lol, wieso konnte ich gerade Jinx und Zona hier hinten sehen? WTF ist das ein Bug, dass ich ihn in der Base sehen konnte? Das konnte grad auch wieder sein. WTF, was ist das für ein Bug da? Jesus, na, das ist mein Fall. Dürten. Da dann. Hä? Ich glaube, ich sollte ein Lol-Motivator werden. Nein, die Zehn sind, tue ich innerhalb Minuten einfach dazu motivieren, wieder Lol zu spielen. Wo kommt der denn her? Oh, ich bin tot. Oh, dieser Warwick, ne, der macht. Och, ja, komm, als wenn du's gewusst hättest. Kannst du ihn theoretisch töten. Aber praktisch bist du zu schlecht dafür. Aber was? Hier ist ein Half-Life-Vladimir und ein Warwick verschwunden, gell? Komm hoch. Warwick hat keine Ulti. Ganz im Zweiten, egal. Komm hoch. Was? Mach du Scheiße. Jo, hat der mir einmal Damage schon wix denn so. Warum macht der so viel Damage? Ich weiß es nicht. Da steht... Okay, da steht ab 5-3. Okay, der baut ihn auf die alte Variante. Bloodraiser und Ding. Ruined King. Und dann Magie durchdringen und der macht halt mega Damage mit seiner Kuh. Ja, trotzdem, da hat der jetzt nicht Damage, man. Du bist gerade der Bullshit, holy shit. Wer macht Damage? Der Scheiße Waren. Der grüß dich mit ner Klaue und du bist veroffen. Durchaus. Hm. Ich glaube schon gleich ein Warwick von der Seite. Ja. Nee. Der ist einfach viel zu schnell, gell. Krieg ich schon? Der ist einfach viel zu schnell, gell. Voll Gras. Was gibt's denn, Alter, gell? Ja, wir sind zu schnell, Alter. Manchmal haben wir uns aufgegeben, aber keine Herzerunde. Manchmal sind sie mir entgegengekommen. Da haben wir Spaß am Level hin. Einfach weil ich's kann. Okay, direkt Spaß, Alter. Ja. Wahnsinn. Dip had ich von der Bromm anything? Ohlalala, ich leide mir leid. Ok, der Hild hat gereicht um Flo zu retten, das war gut. Ich hab meinen Heal genutzt, damit du nicht stirbst. Alles klar, dann geh ich mal, ciao. Ohlalala. Gib mir hin ein bisschen, bitte Kata. Das war doch klar. Let's go, tut er recht, wach. Grüß dich. Na, bra. Die hat geflasht, Alter. Alles klar, ich bin tot. Ding sein Damage ist so. Boah. Na, aber Flash raus. Ach Gott, war das lustig. Ich weiß, dass ich den Kiting Master in die Bitch-Po, sagt Jull. Ich hab gerade ihren First Kill gemacht, die Jinx. Ich hab gerade ihren First Kill gemacht, die Jinx. Ich hab die dreckische Nücke. Ja, gut. Hat die überhaupt an mir den Kill gemacht? Und, gut job Uli, danke schön. Wir sind noch Prima, oder? Was? Ach, keine Ahnung. Wie der Warwick dem nicht dumm gucken, wird man unterlöschen. Wie ich den gerade den Wettbuff geklaut hab, schon hingegangen hab, einfach 3 oder 6 gemacht und so verhindert. Die Kater kann die nicht spielen. WTF, warum? Mit die Mindsetzung. inated. W short. Oh lol. Ich muss einfach kurz an irgendwas hochheben. Ja, Typ, ne? Wie würdest du nichts mit Hochheben? Blöde cool. Boah. Oh leider, vielleicht nicht so bad, gell. Oh, scheiße, bin ich gestorben. Ah ja, GG, boys. Ich hoffe, ich krieg's erst. Achtung, da kommt ne Green, look! Oh boy. Ja, er macht den Scheiß, er macht die Scheiß Minions, alles klar. Ja, ich hab draufgekommen. Ich hab auch mit der Allgemeinheit geredet, nicht nur mit einem. Hey, WoWik. Hey, WoWik. Hey, WoWik. Da war doch ne Half-Life los. Ich werde das bekommen. Oh, WoWik. Ich weiß doch, ihr wollt mich. Ich weiß doch nicht. Oh, guck mal, ich habe einen Lockett. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Hey, WoWik. Ich weiß doch nicht. 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 Nichts. Und. Das ist das. Wir können nicht nur das. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J.J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J ab der fahrer beleidigung von vladimir zu lernen übrigen Aber mit einem S und einem S plus auf der Botlane finde ich schön, verabschieden wir uns mit der heutigen Aufnahme, sehen uns morgen oder übermorgen wieder, je nach Stand der Tage. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Morgen, wir sehen uns haut rein.